Torstens MOBA Design, Anlage 017, zwei gleisige Nebenbahn und Kleinbahn. Ausgangslage, Wechsel des Gleissystems bei einem existierenden Gleisplan. Allerdings sollten in dem Bahnhof, der zentrales Motiv der Anlage ist, längere Züge Platz finden als ursprünglich vorgesehen. Außerdem sollte die Anlage nicht frei im Raum stehen, sondern an der Wand oder in einer Raumecke. Die Änderung dieser Rahmenbedingungen machte letztendlich eine 95-prozentige Neuplanung notwendig. Herausgekommen ist dann letztendlich das hier. Auf der vorgegebenen Fläche von 2,50 m x 3,30 m ließ ich die gewünschte Zuglänge im Prinzip nur durch gebogene Bahnhofsgleise und eine Verlegung des Vorfelds in die Kurve erreichen. Und das heißt eben auch, die Kurvenradien werden durch die verfügbaren Bogenweichen vorgegeben. Da zumindest ursprünglich kein Radius R1 verwendet werden sollte, musste die Trasse der Kleinbahn außen um die eben genannte Kurve herumgelegt werden. Um die Enge der Kurven doch etwas zu kaschieren, ist es keine dumme Idee, die Landschaft in der Mitte der Kurve etwas anzuheben und auch noch zu bewalten. Dadurch dürfte der Blick auf die engen Kurven doch verhältnismäßig erschwert werden, wenn auch nicht ganz verhindert werden. Im Wald verschwindet dann die zweigleisige Strecke in den Untergrund. So und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns den Gleisplan der Anlage mal etwas genauer an. Begonnen wird diese Betrachtung am Endbahnhof der ehemaligen Kleinbahn, quasi links außen auf der Anlage. Im weiteren Verlauf werden wir uns runter bis zum Schattenbahnhof vorarbeiten. Wenden wir uns also dem Gleisplan zu. Der Endbahnhof liegt 49 cm über dem Schattenbahnhof. Die Kleinbahn wurde zuerst mit Dampftriebwagen und später mit Schienenbussen betrieben. Das ist auch der Grund, warum der Bahnsteig bis ans Gleisende reicht. Fährt ein lockbespannter Personenzug in den Bahnhof ein, kommt es zu einem interessanten Rangiermanöver. Nachdem die Fahrgäste ausgestiegen sind und den Bahnsteig verlassen haben, drückt die Lok die Personenwaggons in das Abstellgleis. Danach koppelt sie ab, zieht vor bis an den Bahnsteig, die Weiche wird umgestellt und die Lok umfährt die Waggons. Dann setzt sie sich ans andere Ende des Zuges, koppelt an und drückt die Waggons an den Bahnsteig zurück. Da steht der Zug dann, bis es Zeit ist zur nächsten Abfahrt. Ist es der letzte Zug an diesem Tag, dann sieht das ganze Prozedere etwas anders aus. Dann werden die Waggons nämlich auf das nächtliche Abstellgleis gedrückt, hier oben rechts. Die Lok koppelt ab und fährt zur Lokstation zur Auffrischung der Vorräte. Dort übernachtet die Lok dann auch, ebenso der Lokführer. Am nächsten Morgen werden dann die Waggons vom Abstellgleis geholt. Die Lok wechselt ans richtige Ende des Zuges und dann steht der Zugabfahrt bereit am Bahnsteig. Eine gewisse Zeit danach verlässt der Zug bzw. der Schienenbus den Bahnhof über die orange eingezeichnete Strecke. Schienenbusse fahren im Prinzip nur bis zum nächsten Bahnhof und zwar auf das hier orange eingezeichnete Bahnsteiggleis. Die Lok bespannten Züge während des Berufsverkehrs fahren allerdings weiter. Sie kommen über dieses Gleis auf das nicht sichtbare Wartegleis unter dem Kleinbahnhof. Entweder warten die Züge dort eine angemessene Zeit oder sie fahren direkt durch und zwar auf dieses Gleis des Bahnhofs. Von dort aus geht es dann abwärts Richtung Schattenbahnhof. Da Gleiswendel gegenüber Rampen doch erhebliche Nachteile haben, versuche ich möglichst, meine Anlagen mit Rampen zu planen. Da aber auch die Gleise der Rampen stellenweise deckungsgleich verlaufen, habe ich die Rampe in eine obere und eine untere Rampe geteilt. Das ist natürlich nur eine Windreckebenenunterscheidung, keine reale baulichtgegebene Unterscheidung. In den Bereichen, in denen die beiden Rampen übereinander laufen, können dann sogenannte doppelte H-Konstruktionen verbaut werden. Das muss man zwar nicht so machen, aber man könnte es so machen, wenn man will. Man könnte die Rampen natürlich auch seitlich versetzt anordnen, aber das hat wieder andere Nachteile. Beispielsweise einen erhöhten Platzbedarf und wahrscheinlich auch eine schlechtere Erreichbarkeit der hinteren Rampe. Da die Platzverhältnisse auf dieser Anlage nicht wirklich so rosig sind, habe ich mich für die platzsparendere Variante entschieden. Um das notwendige Budget etwas zu reduzieren, wurde der Schattenbahnhof von mir nicht geplant. Es wurden nur ein paar Andeutungen gemacht, wie er aussehen könnte. Diese Andeutungen sind hier in diesem Hellgrün zu sehen. In einem Grafikprogramm wurden dann diese mittelgrünen Striche hinzugefügt. Das ergibt dann doch eine relativ präzise Darstellung dessen, was ich mir als Schattenbahnhof vorgestellt habe. Ein paar Worte vielleicht noch zu der hier rot eingezeichneten Gleisverbindung. Diese Gleisverbindung verbindet ja im Prinzip die beiden Enden einer Kehrschleife. Das ist an sich verhältnismäßig kurzschlussverdächtig. Allerdings kann man die Polung des Gleises ja davon abhängig machen, wie die Weichen stehen. Wenn beispielsweise diese Weiche hier auf abbiegende Fahrt gestellt wird, dann wird gleichzeitig von dem Steuerungsstrom für die Weiche ein Doppelrelais angesteuert. Über dieses Doppelrelais wird die Polung dieses Gleises hier beim Kopfgleis angelegt. Wird diese Weiche hier wieder auf geradeaus Fahrt gestellt, wird gleichzeitig diese Weiche auf abbiegende Fahrt umgestellt. Das heißt also, das Doppelrelais fehlt wieder in die andere Stellung zurück und übernimmt die Polung von dieser Weiche hier. Und wenn es nötig ist, kann man natürlich über dieses Relais auch noch die Herzstückpolarisierung steuern. Und ansonsten wird sich vielleicht der ein oder andere schon gefragt haben, was diese seltsamen grauen Flächen auf der Schattenbahnhofsebene zu bedeuten haben. Nun, das sind die Bereiche der Grundfläche der Anlage, die ich auf der Schattenebene weglassen würde. Zwar wird die Anlage auf Rollen stehen, aber das soll im Wesentlichen den Bau der Anlage erleichtern. Und ansonsten ist es ja nicht wirklich gut, so ein fragiles Konstrukt wie eine L-förmige Modellbahnanlage unnötig häufig durch die Gegend zu schieben. Mit anderen Worten, meine Empfehlung ist es, die grau eingefärbten Flächen zur besseren Erreichbarkeit der hinteren Anlagenteile einfach wegzulassen. So, und jetzt gucken wir uns die ganze Anlage mal im Film an. Zuerst in einem Film mit Landschaft und danach in einem Film ohne Landschaft, also nur die Gleistrassen. Zuerst in einem Film mit Landschaft, also nur die Gleistrassen. Zuerst in einem Film mit Landschaft, also nur die Gleistrassen. Zuerst in einem Film mit Landschaft, auch immer die Gertrassen, auch die Gertrassen. So, ich denke, es ist mittlerweile verhältnismäßig klar geworden, wie der dreidimensionale Streckenverlauf der Anlage aussieht. Ein besonderer Problemfall ist natürlich die Erreichbarkeit der Abstellgleise unter dem Kleinbahnhof, zumindest dann, wenn die Anlage mit diesem Schenkel an der Wand steht. In dem Fall ist es ganz günstig, den Vorplatz des Kleinbahnhofs als herausnehmbaren Bereich anzulegen. Sollte man während der Bauphase allerdings merken, dass man nicht an alle Bereiche der Gleise herankommt, dann ist es vielleicht sinnvoll, diese Böschung von hier bis hier als abnehmbares Element zu gestalten. Manche Leute werden sich im Laufe des Filmes vielleicht auch gefragt haben, was diese seltsame Einkerbung hier soll. Nun, das ist einfach eine Einkerbung, damit die Kleinbahntrasse komplett vor der Anlage stehend zu erreichen ist. Und damit ist dann auch, glaube ich, alles gesagt, was mir im Moment zu der Anlage einfällt. Und ansonsten gilt, wer seine Modellbahn von mir planen lassen möchte, kann mich gerne per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist entweder auf meiner Website, deren Webadresse hier gerade eingeblendet wird, oder auf der Kanal-Info-Seite dieses Kanals zu finden. Da dieser Kanal sich nicht mehr dem Diktat des Algorithmus unterwirft, kommt der nächste Film, wenn er fertig ist. Wer keinen Film verpassen will, sollte auf Nummer sicher gehen und den Kanal abonnieren. Und vor allem nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren. Und jetzt noch die weiterführenden Playlists. Links unten die Playlist zu diesem Film, rechts unten die Playlist mit den älteren Filmen von mir. Belgium Forschung Tschüss Consider